Herzlich Willkommen bei MetalAlterTV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und Babymetal und Electric Callboy haben hier das Lied Ratatata rausgebracht. Und da gibt es ein Video zu, da habe ich schon drauf reagiert. Jetzt schauen wir uns die Live-Version davon an, gucken wie das Publikum abgeht bei Ratatata. Tatatatata und ist vom Foxfest 2024. Bin mal gespannt wie das Live alles passt. Wir werden es jetzt sehen, ich quatsche drüber, ihr kennt das Ganze, wir schauen rein, wir hören rein. Danach quatschen wir noch, wie es war, los geht das. Lichtshow könnte auch die Mayday sein. Techno. Babymetal. Electric Callboy. Auch da macht mir das auch Spaß. Ja, das klingt geil live, muss ich sagen. Und Publikum hat auch Spaß. Ach, die singen Boden, ich dachte, die singen Bumm. Da ist ein M. N. Wenn das Live-Schnitte vom Publikum sind und nicht irgendwas irgendwo anders reingeschnitten, ist da echt Party. Tatsächlich gefällt mir das so besser als das Original-Video. Also, das hätte man als Video nehmen sollen. Also, meine Meinung. Oder würde keiner ganz anders sein. Schreibt mir die gerne in die Kommentare. Wenn ihr dabei seid, Like und Abo nicht vergessen. Also, meine Meinung. Ja. 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 Das ist geil. So geil, der Text einfach mal hinten auf der Leinwand drauf. Das ist geil, der Text einfach mal hinten auf der Leinwand drauf. Ja. Ja. Geil. Live macht der Song mehr Spaß mir als in der Studio-Version, das Ganze da zu hören. Ich muss sagen, ich bin kein riesen Fan des Songs. Also, ich wollte nur gucken, wie das Publikum da abgeht. Aber die Live-Version, selbst mit dem Video, das ist meiner Meinung nach tausendmal besser als das Original. Tausendmal vielleicht nicht, aber schon sehr viel besser als das Original-Video. Meine Meinung. Eure, wie gesagt, kann da ganz anders sein. Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und, äh, ja. Ne? Ne? Halt mir da rein, was er wollte. Ähm. Der Song in der Live-Version, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Wie seht ihr den Unterschied von einem Video? Einmal das ist das Original-Video und das Video. Wenn ihr es kennt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ja, und, äh, was soll ich noch großartig reden? Ich habe über den Song ja schon gequatscht. Ich habe über die Bands gequatscht. Hab noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.